So, Neumannski, neue Folge. Was sind denn das für Fingernägel? Das ist mir gerade eben aufgefallen. Was ist denn mit dem, ja, das sehe ich schon, aber... Zum einen sind es Waffen, zum anderen ist es der Marble-Look. Das ist wie bei einem Autolack. Mar-well. Mar-bel, mit B heißt es. Ach so. Also wenn ich mich jetzt nicht volle Kanne irre. Je nachdem, wie der Winkel ist und das Licht hat er eine andere Farbe. Das ist wie diese kleinen Bilder, die von beiden Seiten... Das ist ein Hologramm, ne? Ja, genau. Hologramm, ne? Großartig. Wie viel Arbeit muss man investieren, um so einen Kladderadatsch am Fingernagel zu haben? Also man setzt sich eine Stunde in einen Salon. Stunde. Und dann geht man mit neun Fingernägeln raus. Ich würde gerne mal in meinem privaten Leben mal wieder eine Stunde Zeit haben. Also ich boge dir mal mein Kind aus und dann lasse ich das dann mal machen. Ja, das kann man machen. Das ist eine gute Freundin von mir, die das macht. Lasse ich auch nur die machen, weil ich weiß, die macht das vernünftig. Und deswegen, wir haben immer uns viel zu erzählen. Die Stunde geht im Grunde viel zu herum. Also ist es eher mehr Wellness für den Kopf? Ja, und ich bin, ich sehe halt gepflegt aus. Drei Wochen. Schön. Zwei Wochen, je nachdem, wie ich. Genau. Freunde, Thema heute ist Autofahren. Hat mir Chefe verraten. Autofahren. Autofahr-Geschichte. Hast du da eine Menge beizutragen? Extrem. Ich habe als Berufseinsteigerin quasi der erste Job war eine Autovermietung bei Sixt. Okay. Und das war auch eine Vorzeigestation. Und wir hatten immer sehr geile Autos, die auch immer neu kamen. Also wir durften die dann entjungfern sozusagen. Das heißt, die richtig dicken Karren vom fetten Mercedes über einen dicken Porsche und sowas. Nee, Porsche gab es da nicht. Aber zum Beispiel diese A8 in der langen Version mit einer 4,5 Liter Maschine. Das ist ein Audi. Ja, genau. Solche Sachen waren dabei. Kann ich gleich eine Zwischenfrage stellen. Stimmt, dass das Sixt irgendwann diese, das habe ich irgendwo mal gelesen, das eingeführt haben, dass junge Menschen diese Autos, diese hochprozentigen Autos nicht mehr ausleihen können, weil sie einfach die Reifensätze irgendwie so auf der Rennstrecke komplett runterbrennen und du die Karren dann so gut wie nicht mehr benutzen konntest. Du darfst A als Richtlinie gar nicht mit dem Auto auf irgendeine Piste fahren. Ja gut, das ist ja natürlich noch was anderes. Und diese ganz großen XDRR heißen die in der Kategorie. Ja. Die gibt es erst ab 25 gehen die erst raus. Ich weiß nicht, ob Sixt das eingeführt hat, aber da gibt es eine Altersgrenze. Es ist egal, was du da an Kohle hinlegst. Okay, krass. Aber ich habe ja mit Anfang 20 da gearbeitet und ich durfte die trotzdem fahren, weil ich da angestellt war. Und wir haben uns immer sehr gefreut, zum Beispiel, wenn du 20 Uhr den Laden zugemacht hast und da kam 1945 noch ein Geschäftsmann rein und wollte nur schnell einen Schlüssel abgeben, hatte den auf den Tisch geknallt. Und dann guckst du natürlich erst mal ein System oder guckst auf den, da ist ja immer ein Anhänger dran, was das ist. Und dann steht, was weiß ich, M3 zum Beispiel drauf, also ein BMW mit richtig Bums. Ja. Und dann guckst du erst mal ein System, hat der unbegrenzte Kilometer. Da bist du natürlich mit dem Auto nach Hause gefahren und hast den früh wieder hingestellt, weil der wurde ja an dem Tag nicht mehr sauber gemacht. Und wie viel der Typ dann gefahren ist. Und du, das kann ja keiner nachvollziehen. Und ich habe es auf die Spitze getrieben. Ich habe ja in Deutschland gearbeitet, habe aber in Holland gewohnt. Das heißt, ich habe dann meine Karre dort auf dem Parkplatz stehen lassen mit den Autos nach der Arbeit nach Holland gefahren und habe die Kilometer gespart. Vor der Arbeit schnell nochmal wieder volltanken, damit es nicht auffällt. Ja. Also falls der Strich, falls man da was sieht und dann hast du ihn hingestellt, hast den früh checken lassen. Die Kilometer musst du ja nicht bezahlen. Wenn da mal was passiert, war der Hedge aber ein Zappen gehabt. Ist daher deine Begeisterung, weil ich weiß das ja, seitdem ich mit dir zusammenarbeite, dass du einfach PS-geschwängert bist für dicke Autos oder woher kommt das? Nee, ich habe mich damals schon beworben, weil ich wusste, das ist mein Ding. Genau. Also ich habe in Aachen gearbeitet und das ist ja in einem Dreiländereck. Und da hast du viele, die aus Belgien kommen, die sprechen Französisch. Nun bin ich ja Europakorrespondentin und da machte sich das gut am Schalter dort. Du bist Europakorrespondentin. Ja, das ist mein eigentlicher Beruf. Okay. Und wenn du die dort bedienst, dass du die auf Französisch bedienen kannst, auf Englisch bedienen kannst oder natürlich auch auf Deutsch. Praktisch. Und genau, so habe ich da reingefunden durch die Qualifikation und das war so ein, ich habe mich bundesweit beworben und das ist es am Ende geworden. Ich habe tatsächlich mit dem Thema Autofahren eigentlich lange nicht viel am Hut mitgehabt. Das war einfach nur ein Mittel, was von A nach B bringt. Ich habe Autofahren angefangen irgendwo in Groß Hartmannsdorf, also in der Mitte von Sachsen, an einem kleinen Hügel, wo mein Bruder, der alte Sadist, mich in sein Auto reingesetzt hat. Bevor du Fahrschule gemacht hast. Ja, ja, natürlich. Und so, wir lernen jetzt mal Autofahren. Der große Bruder, ich bringe dir das jetzt mal bei. Und die allererste Amtshandlung war, am Berg anfahren. Und das war ein richtiger Berg mit einer richtigen Gangsschaltung. Das war das allererste, was ich in einem Auto selber an dem Lenkrad erlebt habe. Wahrscheinlich war es auch noch ein Benziner und kein Diesel. Das war ein Benziner. Ja, ohne Standgas. Ja, ja, genau. Und seitdem, von dieser Nuance an, kann ich Autofahren nur jedem empfehlen. Wenn man das als allererstes macht, dann kannst du alles. Das habe ich Vorschule im Winter gemacht in Freiberg. Das ist auch geil. Dann kriegt man so ein Faible dafür, wie man morgens halb fünfe mit der angezogenen Handbremse um die Kurven zieht. In den modernen Autos geht das nicht mehr. So gut, weil du nur so einen blöden Knopf hast. Aber irgendwann habe ich dann doch das... Ich habe auch einen Knopf, also Start-Stop-Knopf, aber ich habe eine richtige Handbremse drin. Ach so, ja. Das war mir wichtig, ja. Es gibt BMW-Modelle, die haben das. Heute noch. Du fährst also BMW? Ich fahre BMW. Was denn? Eigenschaftlich gerne. Ein, zweier Coupé. Das sagt mir gar nichts. Hat das vier PS? Na, nicht genug. 180 hat er. Aber der ist relativ klein und kompakt und da kommt man schon schnell von der Stelle. Also da ist schon noch Luft nach oben. Und laut ist er, wenn ich es möchte. Da sitzen zwei Leute drin, oder? Du hast 180 PS. Ne, ich habe noch zwei Notsitze, aber da sitzen in der Regel keine. Ich glaube, ich habe gerade so 100 und bei mir ist es die Familienkarosserie. Genau, da ist es doch dicke Kopie. Der kann nicht viel schnell fahren, aber du kriegst alles rein vom Kinderwagen über die Skier und Schlitten und alles. Ja, ich krieg nichts rein. Wenn ich dann mit dem Urlaub fahre, muss ich es machen wie der Audi TT-Fahrer. Ich muss per Post meinen Koffer an den Urlaubsort schicken. Nein, so schlimm ist es nicht. Also man kriegt schon ein bisschen was rein. Und für die Stadt ist der optimal für mich. Und da reichen 180 PS. Ich bin viele Jahre einfach Fahrrad gefahren, weil ich in der Großstadt gewohnt habe, ich habe überhaupt gar kein Auto gebraucht. Weil das war einfach ein Kostenpunkt, der total unsinnig war. Und jetzt wohne ich eher im Ländlichen, da bist du ja ohne Auto komplett aufgeschmissen. Also da kannst du ja auch vergessen, dass du da irgendwie mit dem Bus, der alle in eine Stunde irgendwo langfährt, mal irgendwo hinkommst. Eine heillose Katastrophe. Naja, aber auf dem Dorf kannst du auch schon, also da würde ich mich zum Beispiel noch trauen, Fahrrad zu fahren. Ich würde mich in der Stadt nicht mit dem Fahrrad von anderthal. Nicht unbedingt so eine Sache, weil die Sache ist, glaube ich, früher war das, glaube ich, eine andere Kiste, weil die Autos noch nicht so hochmotorisiert waren. Und mittlerweile heizen die halt einfach auf der Landstraße wie sonst was. Da will ich nicht Fahrrad fahren. Das macht ja besonders viel Spaß, auf der Landstraße schön in die Kurve zu gehen. Ja, weiß ich nicht, ob ich da so ein riesen Fan von bin. Weil ich sehe immer die Gefahren. Seitdem ich ein Kind habe, sehe ich einfach an der Stelle einfach grundlegende Gefahren und nicht viel Spaß. Weil Auto ist dann wirklich nur von A nach B. Und wer unbedingt rasen möchte und ballern möchte, der soll immer wegen einer Rennstrecke gehen. Fällt mir was ein aus der Zeit von der Autovermietung. Wie gesagt, große Autos hatten wir da immer. Und da ist mal einer zurückgekommen. Ich glaube, das war ein X6. Was ist das, ein X6? Das ist auch ein BMW. Ich glaube, zur damaligen Zeit. Ist das ein SUV oder was? Ja, also ein bulliges Ding auf jeden Fall. Ja. Da gibt es ein X5 und der X6, der ist einfach so ein Statement. Also wenn du den im Rückspiegel siehst, da fährst du freiwillig rüber. Und der kam wieder zurück und der Typ, der trug sie so rum beim Abgeben. Der war so ein bisschen nervös und da gucken die, die das dann checken. Also checken heißt, das Auto sauber machen, aufbereiten für den Nächsten. Die gucken dann genauer hin. Und da gab es so ein paar Unstimmigkeiten im Armaturenbrett. Und da sagt der irgendeiner, der hat den bestimmt entriegeln lassen. Komm, wir testen das mal. Und da sind die gefahren. Der war nicht mehr verriegelt. Also der hat den quasi gemietet, hat den entriegelt zurückgegeben. Und das haben die gecheckt, haben das uns dann gemeldet. Ein Kollege, der war halt auch so ein bisschen PS-geil. Er hat gesagt, wir kümmern uns drum. Als die dann rausfahren, die fahren und sagen, das melden wir schon. Aber vorher probieren wir den natürlich auch mal aus. Haben wir da geguckt, sind da frei Kilometer drauf. Ja, sind's. Ja, wir mussten mal was erledigen. Dann sind wir den gefahren, sind wir rausgefahren. Das war an so einem großen Kreisverkehr in Aachen am Europaplatz. Da ist die Station noch heute. Und das ist direkt an der Autobahnauffahrt. Also du fällst aus der Haustür, bist auf der Autobahn. Und dann haben wir den erst mal richtig getreten auf der Autobahn. Also da war wirklich der Fuß komplett auf dem Gaspedal. Ach, was ist das Geile daran? Das ist das Ding. Ich finde persönlich, das Beschleunigen ist das Geile. Wenn du wirklich so eine riesen Kiste unter dem Arsch hast und du drückst dann da drauf und fährst weg, wie zum Beispiel mit diesem A8, eine 4,5-Liter-Maschine. Und wenn du da einen Kickdown machst, auch wieder mit dem Kollegen im Auto gesessen, da haben wir geschrien vor Freude, weil das ein Gefühl ist. Das ist der Oberknall. Wie Achterbahn fahren. Ja. Aber warum fährst du da nicht Achterbahn? Das habe ich ja nicht in meiner Hand, da habe ich ja keine Kontrolle. Das ist ja nicht, ob man das auf der Straße machen sollte. Aber wenn du dann so ein entriegeltes Fahrzeug hast, wie diesen X6 zum Beispiel, dann habe ich irgendwann keine Kontrolle mehr über das Auto. Das meine ich ja. Die Nadel, die ist schon absolut am Anschlag. Du weißt eigentlich gar nicht, fährt das Auto jetzt noch schneller, ist da Schluss. Und die Sache ist, du hast ja auch so viele Verkehrsteilnehmer, die vielleicht auch im eigenen Tran sind und dann passiert irgendwas Schlimmes. Das habe ich immer so vor Augen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch der langweiligste Autofahrer aller Zeiten. Ich packe mich auf die Autobahn, mache nur 110 in den Tempomaten rein und lege mich schlafen. Ja, nee, ich will schnell vorankommen. Was mich bei mir... Ich finde, man kommt gar nicht so schneller voran. Ich finde, das ist einfach... Nee. Doch. Ach, die fünf Meter, die Zeit habe ich doch. Naja, aber wenn wir zum Beispiel... Die fahre ich einfach eher los. Easy. Ja, ganz genau. Das hatten wir auch schon. Wir sind mit Freunden in Kolonne weggefahren und Frau Eckert ist mal wieder nicht aus dem Arsch gekommen, weil sie die Hälfte vergessen hat. Und sie hat gesagt, fahrt schon mal vor, ich hole euch eh ein. Und sie hat ja, ich bin eine halbe Stunde später losgefahren und habe die auf der Autobahn überholt. Und war eher da. Also das ist ein Argument, das gibt es überhaupt nicht. Elsa Eckert hat einen Fehl für Rasen. Ja, auf jeden Fall. Aber gibt es noch so skurrile Autofahrgeschichten, die man beim Autofahren erlebt? Also ich habe irgendwie wahrscheinlich dein zukünftiges männliches Gegenüber kennengelernt. Noch bist du ja Single, vielleicht sollten wir uns mal bekannt machen. Mitfahrgelegenheit. Das ist schon... Nee, also ich nehme keinen, der Leute... Nee, nee, der hat mich mitgenommen. Ja, sag ich ja. Da bin ich... Ich habe einen Freund besucht in Bremen. Bremen war das, ja, Bremen. Mitfahrgelegenheit. Das war ja so, weiß ich nicht, Anfang der 2000er bis Ende der... 10er, weil das ist ja das Ding. Mitfahrgelegenheit. Und ich habe mich mit dem bei McDonalds getroffen und er fährt eine riesengroße Karre vor, ein Mercedes, so ein Silberner, mit so Flügeltüren. Das war meine Mitfahrgelegenheit. Ich bin eingestiegen, ich war total baff und habe mich gefragt, was das Ganze soll. Und in diesem Kofferraum war gefühlt doch eigentlich nur Platz für meinen Rucksack und mehr nicht. Und er hat gemeint, es ist unfassbar langweilig, auf der Autobahn mit diesem geilen Auto zu fahren und deswegen nehme ich immer jemanden mit. Tatsächlich, dieser Mensch hatte so unglaublich viel Geld. Den haben meine 5 Mark fürs Benzin kein Meter interessiert, der wollte einfach nur eine Begleitung haben. Und da hat er auch gesagt, soll ich dir mal zeigen, was die Karre kann? Und ich so, okay. Und dann ist er da reingetreten und dann hingst du da in dem Sitz und dachtest so, Alter, mir wird gleich kotze übel. Bitte hör auf mit diesem Mist. Das war auch einfach Wahnsinn. Also es war vollkommen verrückt. Ist trotzdem nicht ganz so meins. Doch, ich finde halt auch schön, wie das klingt. Und deswegen will ich auch meinen Verbrenner weiterfahren. Wenn mir hier irgendein Elektroauto andrehen will, dann drehe ich mich um und zeige dir meinen Vogel. Ich kann da einfach nicht. Ich finde gerade, die Elektroautos klingt so. Weil die eine scheiß Soundkarte drin haben. Ja, ja. Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich bin ja auch ein Audiomensch. Also so, wir hatten mal im Urlaub in Alaska Pickup F450, glaube ich. Ich glaube, da ist irgendwie so ein V6 oder sowas drunter. Ich habe keine Ahnung von Motoren. Alter, das war also, ob du einen Sportwagen fährst, der acht Tonnen wiegt. Das war vollkommen krank. Das Ding hat gerührt wie sonst was. Das ist natürlich cool. Das macht Spaß. Aber kannst du auch mal. Ja, ich will aber auch keinen großen Dieselmotor. Ich will einen richtig fetten, großen Benzinmotor, die ja leider zum Teil gar nicht mehr hergestellt werden, weil sie es nicht mehr dürfen. So was ist schön. Ja, aber sie jetzt nicht mehr dürfen. Das ist ja eine Entwicklung. Für die, die wir uns ja auch entschieden haben, um vielleicht die Welt, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen besser zu machen. Aber ich weiß nicht, ob Elektroauto jetzt das Ding zur Lösung ist. Ich fand ja immer Wasserstoff als Antrieb irgendwie ganz interessant. Ja, das ist auf jeden Fall auch was, wo ich Aktien investieren würde. Weil die Sonne macht es ja auch als Energiequelle. Warum sollten wir das nicht auch nutzen? Und ich glaube, Toyota baut mittlerweile auch serienmäßig ein Wasserstoffauto. Aber so skurrile Autofahrt-Dinger, ich muss sofort an Albanien denken. Also so Autofahren in anderen Ländern ist ja auch total geil. Wir haben uns in Albanien ein Auto gemietet. Da habe ich den, wie die dort Autofahren, das ist vollkommen geisteskrank. Die überholen dich an jeder unmöglichen Stelle. Du musst dir vorstellen, auch noch in einem Land, wo dir gefühlt an jeder zweiten Ecke keine Ahnung, so Kuhkarren entgegenkommt oder ein Pferdegespann, was unbeleuchtet ist, mitten in der Nacht. Und die überholen an jeder Ecke. Und da fahre ich in, ich habe gerade die Hauptstadt von Albanien vergessen. Tierra. Ja, ja, Tierra. Genau. Auf den Kreisverkehr zu. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil die haben mich nicht reingelassen. Das war ein dreispuriger Kreisverkehr. Und da waren Massen an Autos. Und man kennt das irgendwie so, dann ist mal eine Lücke, da kann man mal reinfahren. Vergiss es, da gab es keine Lücke, es hat mich auch keiner reingelassen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na, ich fahre jetzt einfach mal los. Und das war aber, die Autos standen eng an eng. Also da konntest du vielleicht gerade noch eine Kaffeetasse dazwischen stellen, zwischen diese ganzen Autos. Und ich wusste auch nicht, wie ich aus dem Ding wieder rausfahre. Ich bin einfach reingefahren. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und irgendwann sind wir aus diesem Kreisverkehr einfach wieder rausgekommen. Ich so, ich blinke jetzt und ich fahre jetzt nach rechts. Ich fahre jetzt einfach raus. Ich mache das jetzt einfach. Hier lässt mich keiner raus. Ich fahre jetzt einfach. Klingst wie ein Mädchen. Weißt du das? Wieso? Das hat tatsächlich geklappt. Und ich wette mit dir, wenn du in diesem Kreisverkehr in Albanien gewesen wärst, dir wäre es ähnlich gegangen. Ich mache auch nur Spaß. Klang nur gerade sehr witzig. Außerdem habe ich mir meine Eier schon in Alaska verdient. Als ich 200 Kilometer in beide Richtungen auf dieser Straße, wo keinerlei Zivilisation, eine Gravel Road, also eine unasphaltierte Straße, wo gefühlt solche Brocken lagen, am Ende der Welt. In beide Richtungen, mehrere hundert Kilometer, keinerlei Zivilisation, keine Tankstelle, kein Garnix, kein Handyempfang. Und auf dem Nachbarsitz brüllt es. Vorsicht. Und zwar in diesem sehr hohen, schrillen Ton. Ich gehe vollstes Ballett in die Eisen und höre es schon. Bereiten. Bei einem Pickup-Truck. Ein Riesenvieh. Diese Räder sind unendlich schwer. Hatten wir einen Platten. Warum hatten wir den Platten? Weil auf meinem Ballfahrersitz meine Freundin ein Murmeltier gesehen hatte, was in der Nähe dieses Weges war. Und sie in der Meinung war, dass ich das gleich überfahre. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber wenn du eine Vollbremse auf so eine Gravel Road machst, dann kann es halt auch schnell mal sein, dass du dir halt vier Reifen einfach mal komplett über den Jordan lagst. Und wir hatten wahnsinnig viel Schwein, dass es nur einer war. Und es waren, glaube ich, minus fünf Grad. Und es war so Schnee-Eisregen, der währenddessen gerade draußen war. Dreimal darfst du raten, wer unter dem Pickup das Reserverad rausgeholt hat, dieses Riesenvieh da hochgebockt hat und das dann wieder gemacht hat. Erzählen wir uns heute noch drüber und lachen drüber. Aber da gehen wir auch erst mal die Muffe. Weil was machst du, wenn jetzt irgendwas ist und wenn du nicht weiterkommst? Also okay, kannst warten, dass noch jemand kommt. Aber das hat mich schon ein bisschen auch an die Grenzen des Limits meiner Nervosität gebracht. Also wenn du so krasse Straßenverhältnisse hast, ist das natürlich ein blödes Gefühl. Aber ich glaube, wenn du sowas hast, könntest du auch auf drei Reifen langsam, also ein Stück vorankommen. Aber wenn du in der Pampa bist, kriegst du... Ja, aber dort bist du nicht. Da gibt es Wölfe. Da gibt es Grizzlies. Und so ein Kram. Da bist du nicht stranden. Nee, das muss ich auch nicht. Da hast du wirklich keinen Bock. Also schön, dass du hier sitzt und dass es dir gut geht und dass alles gut gegangen ist. Ja, ja, das ist ja lustig immer im Nachhinein. Hast du irgendwelche Sachen so irgendwie mega am Stau gestanden oder die große Liebe im Auto kennengelernt? Nee, ich habe wirklich Unmengen an Geschichten aus dieser Autovermietungszeit, was Leute im Auto vergessen zum Beispiel. Also einmal haben wir ein Kilo Kokain im Kofferraum gefunden. Das musste man natürlich sofort melden. Das ist mir gar keine Ahnung. Nee, kein Scheiß. Dreiländereck. Weißt du was da? Die mieten doch die Autos, um irgendwelche Scheiße damit zu machen. Oh Gott, das wird mir das gleiche am nächsten Tag. Die Mafia vor der Tür steht. Und naja, das wird gemeldet. Oder Autos, die geklaut werden im Dreiländereck, auch ganz oft. Da muss es dann in die Verhandlung geben, das Ganze. Wie oft ich bei der Polizei gesessen habe, um irgendwelche Autos da zu melden. Und ganz oft kommen auch Leute aus Frankreich oder Belgien dorthin und mieten für ein Hochzeitenauto. Und wir haben eine Karre zurückgekriegt, die war noch komplett geschmückt. Aber wie, das sah aus. Also das war so hässlich. Da hingen irgendwelche Pompoms mit Glitzer und Scheiß an den Spiegeln vorne draufgeklebt hinten. Und die Dame hat auch ihr Brautkleid im Kofferraum liegen lassen. Das sah genau so fürchterlich aus. Keine Partygab. Bist du dann verpflichtet. Also wenn du zurückvollziehen kannst, von wem kam das Auto zurück, eine E-Mail zu schreiben. Hier, Fundsache. Möchten sie das abholen oder möchten sie das nachgeschickt haben? Kilo Koks. Genau. Und die Dame wollte ihr Brautkleid nicht haben. Die hat dazu geantwortet, wenn es jemand noch benutzen möchte, gibt sie es frei. Ja, das war so hässlich. Mit dem Gräbel, mit dem ich mich da verheiratet habe, den will ich nicht wieder haben. Nee, also und solche Sachen. Ich habe Autofahrenmomente ganz viele. Vor allem durch, also so, wisst ihr wie ich zum Radio gekommen bin? Durchs Autofahren. Ich bin vom Studium nach Hause gefahren und war nicht ganz so begeistert mit meinem Maschinenbaustudio und habe im Radio beim Autofahren einfach im Werbeblock eine Anzeige gehört, dass man Praktikanten sucht. Ja. Und so bin ich zum Radio gekommen. Ich habe noch eine Story, die, glaube ich, alle Zeiten mir das Autofahren auch schön macht, also durch Radio. Rick Astley. Ich fahre im Urlaub durch Neuseeland und es stürmt und Blitze und Donner und sonst was. Wirklich komplette Weltuntergangsstimmung, volle Scheibenwäsche, du hast überhaupt nichts gesehen. Es läuft Rick Astley im Radio und die nächste Meldung ist, ich bin ja großer ACDC-Fan, dass Malcolm Young, der Bruder von Angus Young, gestorben ist. Also es war für mich emotional wirklich ein krasses, großes Ding. Und da ist dieser tobende Sturm und alles drum und dran. Und die ACDC-Fans werden das kennen. Es gibt so ein Album, das heißt Back in Black. Und da wird viel besungen über Lightning und Storm und Thunder und sowas. Und es war genau dieser Moment, das war gerade eben. Und da läuft gerade noch Rick Astley, dann kommt diese ganz, ganz schlimme Meldung. Und dann kommt genau dieser ACDC-Song und ich weiß noch genau, wie das war, über diese halbüberflutete Straße dort ganz langsam zu fahren und diesen Song zu hören und nicht zu wissen, ob ich jetzt gleich von der nächsten Welle auch weggeschwemmt wäre. Und das war einfach, das merkt man sich. Also grundlegend Autofahren, cool. Aber ich fahre auch manchmal wieder gerne mit meinem Clubfix.